Polizeiberichte Berlin 6. Oktober 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, mehrere Fahrzeugbrände im Stadtgebiet Polizeimeldung vom 06.10.2024 bezirksübergreifend Reinickendorf Mitte Friedrichshain-Kreuzberg-Lichtenberg In der vergangenen Nacht kam es stadtweit zu mehreren von Fahrzeugbränden, bei denen keine Personen verletzt wurden. Nummer 2030 Gegen Mitternacht bemerkten Anwohner am Klenzepfad in Reinickendorf drei brennende Autos und alarmierten die Feuerwehr. Ein Audi, ein VW und ein Mercedes brannten im Motor und Innenraum vollständig aus. Durch den Brand wurden zwei weitere Autos beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem nach jetzigem Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Nummer 2031 Gegen eine Uhr sah ein Autofahrer beim Vorbeifahren ein in Vollbrand stehendes Auto in der Straße Dona-Gestell in Wedding. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer am VW. Derzeit liegen keine Erkenntnisse auf eine politisch motivierte Tat vor. Nummer 2032 Gegen zwei Uhr brannte in der Barfeldstraße Ecke Friedrich-Junge-Straße in Friedrichshain eine über ein geparktes Auto gespannte Plastikplane. Einem Anwohner gelang es, die Flammen selbstständig mit einer Wasserflasche zu löschen, sodass die hinzu alarmierte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Durch den Brand wurden die A-Säule und der beifahrerseitige Kotflügel des VW beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ohne politische Tatmotivation an der Plastikplane ausgegangen. Nummer 2033 Gegen 3.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Zingsterstraße in Hohenschönhausen alarmiert. Dort befand sich ein Opel in Vollbrand. Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand, bei der nach jetzigen Erkenntnissen von einer Vorsatztat ohne erkennbare politische Motivation ausgegangen wird. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen zu allen Sachverhalten übernommen. Bericht Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt Polizeimeldung vom 06.10.2024 Pankow Nummer 2029 Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Prenzlauer Berg verletzt. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Motorrad die Schönhauser Allee in Richtung Torstraße. Nach Zeugenaussagen soll ihm ein verbotswidrig nach links in die Lottomstraße Abigender 54-jähriger Autofahrer entgegengekommen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Senior ein Polytrauma erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens. Die Schönhauser Allee wurde während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen zwischen der Fair-Berliner Straße und der Torstraße bis 20.20 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1, Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht Mann nach Stichverletzung im Krankenhaus Polizeimeldung vom 06.10.2024 Pankow Nummer 2034 Gestern Abend wurden Einsatz- und Rettungskräfte nach Pankow alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach sprachen gegen 21 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren eine Passantin in der Parkstraße an und teilten ihr mit, dass sich ein verletzter Mann in einem dortigen leerstehenden Gebäude befindet. Daraufhin wählte die 51-Jährige den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude, das von Wohnungslosen als Schlaflager genutzt wird, einen 41-Jährigen mit einer Stichverletzung im Bauch. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte eine Notoperation, nach der keine Lebensgefahr mehr für den 41-Jährigen bestehe. Da der Tatverdacht bei den beiden Männern vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen Einsatzkräfte sie fest und brachten sie zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Dort bestand nach weiteren Ermittlungen kein dringender Tatverdacht mehr gegen das Duo, sondern erhärtete sich stattdessen gegen eine 32-Jährige Frau. Die zwei Männer wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren andauernden Ermittlungen, insbesondere zur Tatverdächtigen, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord, übernommen. Bericht Mehrere Fahrzeugbrände im Stadtgebiet Polizeimeldung vom 06.10.2024 bezirksübergreifend Reinickendorf Mitte Friedrichshain-Kreuzberg-Lichtenberg In der vergangenen Nacht kam es stadtweit zu mehreren von Fahrzeugbränden, bei denen keine Personen verletzt wurden. Nummer 2030 Gegen Mitternacht bemerkten Anwohner am Klenzepfad in Reinickendorf drei brennende Autos und alarmierten die Feuerwehr. Ein Audi, ein VW und ein Mercedes brannten im Motor- und Innenraum vollständig aus. Durch den Brand wurden zwei weitere Autos beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem nach jetzigem Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Nummer 2031 Gegen eine Uhr sah ein Autofahrer beim Vorbeifahren ein in Vollbrand stehendes Auto in der Straße Donargestell in Wedding. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer am VW. Derzeit liegen keine Erkenntnisse auf eine politisch motivierte Tat vor. Nummer 2032 Gegen zwei Uhr brannte in der Barfeldstraße Ecke Friedrich-Junge-Straße in Friedrichshain eine über ein geparktes Auto gespannte Plastikplane. Einem Anwohner gelang es, die Flammen selbstständig mit einer Wasserflasche zu löschen, sodass die hinzu alarmierte Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Durch den Brand wurden die A-Säule und der beifahrerseitige Kotflügel des VW beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ohne politische Tatmotivation an der Plastikplane ausgegangen. Nummer 2033 Gegen drei Uhr 20 wurden Feuerwehr und Polizei in die Zingsterstraße in Hohenschönhausen alarmiert. Dort befand sich ein Opel in Vollbrand. Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand, bei der nach jetzigen Erkenntnissen von einer Vorsatztat ohne erkennbare politische Motivation ausgegangen wird. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen zu allen Sachverhalten übernommen. Bericht Mann nach Stichverletzung im Krankenhaus Polizeimeldung vom 06.10.2024 Pankow Nummer 2034 Gestern Abend wurden Einsatz- und Rettungskräfte nach Pankow alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach Sprachen gegen 21 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 45 Jahren eine Passantin in der Parkstraße an und teilten ihr mit, dass sich ein verletzter Mann in einem dortigen leer stehenden Gebäude befindet. Daraufhin wählte die 51-Jährige den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude, das von Wohnungslosen als Schlaflager genutzt wird, einen 41-Jährigen mit einer Stichverletzung im Bauch. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte eine Notoperation, nach der keine Lebensgefahr mehr für den 41-Jährigen bestehe. Da der Tatverdacht bei den beiden Männern vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen Einsatzkräfte sie fest und brachten sie zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Dort bestand nach weiteren Ermittlungen kein dringender Tatverdacht mehr gegen das Duo, sondern erhärtete sich stattdessen gegen eine 32-jährige Frau. Die zwei Männer wurden aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren andauernden Ermittlungen, insbesondere zur Tatverdächtigen, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord, übernommen. Bericht Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Polizeimeldung vom 06.10.2024 Lichtenberg Nummer 2035 Vergangene Nacht kam es in Malchow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt wurden. Gegen 22.30 Uhr soll ein 46-jähriger Autofahrer die Dorfstraße in Richtung Astridstraße befahren haben. Zeitgleich sollen ein 34-Jähriger und eine 24-Jährige mit ihren Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein. Nach Zeugenangaben soll der 46-Jährige mit seinem Mercedes zwischen dem Wartenberger Weg und dem Blankenburger Pflasterweg in die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb der 34-Jährige mit seinem Kia ein Ausweichmanöver nach rechts auf den Gehweg einlegen musste. Trotzdessen traf der Mercedes den Kia an der Seite und stieß anschließend frontal mit dem Fiat der 24-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Mercedes-Fahrer und die Fiat-Fahrerin Verletzungen. Bei dem 46-Jährigen bestand der Verdacht eines Polytraumas und die 24-Jährige trug eine Rumpverletzung davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle beim 46-Jährigen ergab einen Wert von rund einem Promille. Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 übernahm die weiteren Ermittlungen. Bericht Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall Polizeimeldung vom 06.10.2024 Lichtenberg Nummer 2035 Vergangene Nacht kam es in Malchow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt wurden. Gegen 22.30 Uhr soll ein 46-jähriger Autofahrer die Dorfstraße in Richtung Astridstraße befahren haben. Zeitgleich sollen ein 34-Jähriger und eine 24-Jährige mit ihren Autos in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein. Nach Zeugenangaben soll der 46-Jährige mit seinem Mercedes zwischen dem Wartenberger Weg und dem Blankenburger Pflasterweg in die Gegenfahrbahn geraten sein, weshalb der 34-Jährige mit seinem Kia ein Ausweichmanöver nach rechts auf den Gehweg einlegen musste. Trotzdessen traf der Mercedes den Kia an der Seite und stieß anschließend frontal mit dem Fiat der 24-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitten der Mercedes-Fahrer und die Fiat-Fahrerin Verletzungen. Bei dem 46-Jährigen bestand der Verdacht eines Polytraumas und die 24-Jährige trug eine Rumpfverletzung davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle beim 46-Jährigen ergab einen Wert von rund einem Promille. Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 übernahm die weiteren Ermittlungen.